Yo, hallo, hey, ich bin Tara Liu, ihr seid auf den Kanal Power Animals und da mir selber keine Fragen gestellt werden, bzw. ich die eben hab gleich beantwortet, hab ich mir gedacht, klau ich mal die Fragen von jemand anderem aus der Kommentarsektion und diesmal ist es von Eib Lagen. Hast du Titel? Nein, die sind aufblasbar, so wie bei allen Mädchen. Habt ihr noch nie im Video aufgepasst? Hast du es weiter schon gekackt? Jetzt bin ich eine Frage zu spät. Nicht bei mir, Bro, nicht bei mir. Lieblingsband und Lieblingssinger. Was ist derzeit dein Lieblingsgame? Magst du Bratwurst? Yay, das wird niemals viral gehen. Ey, wie heißt du? Ey, Tara und du? So, das war's schon mit den Fragen. Wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, schreibt mir die unbedingt in die Kommentare. Lass dein Abo da und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.